Okay, eins von fünf. Kommt mit, ihr kleinen Bibermonster. Hilfe, ich werde verfolgt, eine Biberarmee. Hallo, hallo, guten Tag, was kann ich mir vorstellen, hallo. Okay, eins von fünf. Okay. Davon brauche ich jetzt keinen mehr, da freue ich auch nichts. Nöp. Ähm. Okay, das wird dann fertig. Wer räumt auf? Gucken, was das wird. Was? Nee. Ich möchte den anstecken. Oh, das ist nochmal für die Instanzes nochmal eine Quest. Ja, tut mir leid, waren wir schon, waren wir schon erledigt. So, hier muss irgendwo was sein. Ah, ich bin... Okay. Okay. Guten Tag. Okay. Okay. Aber warum bekommt man denn so eine Quest, das Gebiet zu verlassen, wenn noch zig Nebenquests da drin sind? Mh. 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 mörder gesucht und die hätte nicht ums Haus gehen können dafür bekommen wir aber ein Ring Stats mal gucken Kraft ja die Qualitätsstufe ist Höhe halt Ausdauer und Kraft ist Höhe aber hat dann die physische Stärke von beiden nicht oder den physischen Kritschans Treffer nicht ja du musst jetzt nicht explodieren ja ja auch wieder was sie nicht allein geschafft hat ok kommen wir jetzt wieder weiter ja verdammt so spinnenmann 3 2 1 irgendwie wieder dunkel ok let's go ok alter rennt ich soll dich finden so hat dir weiße Haare hm ok ego hm 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 mh 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 Wie viel müssen wir noch von 6? Wie viel müssen wir noch von 6? Was gibt es hier? Was gibt es hier? Was gibt es hier? Hier noch eine Nebenquest irgendwo? Hier noch eine Nebenquest. Jawohl, ich pflück Blumen für euch. Was habt ihr für ein kleines Lager? Okay. 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 Wir ignorieren den Friedhof um uns herum. Wir klauen einfach die Blumen von den Gräbern. Okay. 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 Und hier sollten wir her. Und das ist so das Grab, der Dingsleib hat. Hm. Guck mal. Okay. Okay. Nochmal. Ja, doch. Da ist noch eine Quest. Okay. Ähm. Nochmal gucken. Ähm. Ja, möchte man jetzt physische Stärke haben oder physische Kritschertreffer? Ja, komm, wir liegen da vielleicht ein paar. Ja. Richtig abgehoben. Ja. Wieso? Ja. Ja. Ska Farm macht das? Ja. Ja. Jusquitschertreffer. Ja. 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 warum lauft ihr rum ihr habt doch eine quest euch hierhin trägt ok das ist auch noch schnell erledigt suche das grab von kreft mich an ich steht hier oben schön auch machen und 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 Das da suchen will. Noch viermal. Ja, ja. Angeblich hat einen 3080 und spielt das mit 80 FPS. Wie soll denn das wieder glauben? Äh. Und dann noch irgendwo was sein dafür. Die Richtung. Das ist noch so eine Bubble. Ja. Gut, die ist auch fertig. Und dann machen wir hier weiter. Die Quest da hinten abgeben. Die zwei nochmal annehmen. Und dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Gebiet durch. Diese Dungeon Quest, die werde ich nochmal so machen. Ja, ist nur noch das hier. Und dann kann ich aus dem Gebiet wieder raus. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Ciao, Leute.